Yeah, Leute, weiterer Kalendertag. Wir öffnen wieder Türchen. Let's go! Ich bin so gespannt, was bei der 10 drin ist. Hallo, komm schon mal raus. So, bei der 10 ist ein Ofen. Bei der 11 Ist ein Gesenk. Bis morgen. Das war schon mal sehr lecker. Und bis morgen. Ciao.